In Toglu gibt es eine öffentliche Toilette, die von außen transparent ist. Von innen kannst du einen Schalter betätigen, der dafür sorgt, dass du beim Erledigen deines Geschäfts Privatsphäre hast. Die Idee dahinter ist, dass man sich dadurch, zum Beispiel nachts, wohler und sicherer fühlen kann, da man von außen direkt sieht, ob sich jemand in der Toilette befindet und in welchem Zustand diese ist.